Hallo, liebe Cine-Ladies. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, irgendetwas verpasst zu haben im Leben? Also mir geht es so in meiner neuen Komödie, Miss Sixty. Aber es ist eigentlich nie zu spät, genau das zu machen, was einem wichtig ist. Denn tief im Inneren werden wir doch niemals älter als 18, oder? Wir sehen uns am 23. April zu meiner Komödie Miss Sixty hier im Cine-Star. Ich freue mich. Ich freue mich.